Yeah, VT is 5, wow, toll, super, 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 wow, online gucken, wow, du willst du es. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VT is 5. Ihr wisst schon, das waren die 5 Minuten, in denen ich über all das rede, was letzte Woche so passiert ist, beziehungsweise eigentlich nur der Teil, der mich davon so wirklich interessiert hat. Fangen wir direkt an. Spiele News 1, die WoW Beta Mists of Pandaria hat angefangen. Ich habe leider immer noch keinen Beta-Einladungscode, aber mir wurde einer versprochen. Also ich brauche mich da noch etwas zu gedulden, dann kann ich da auch mal einen Blick drauf werfen, wofür hat man denn jetzt einen neuen Gaming-PC? Ach ja, apropos Gaming-PC, wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt eine neue YouTube-Reihe in meinem Kanal, da bastel ich jetzt gerade den Rechner zusammen, die Unboxings sind fertig. Ab morgen kommen dann die typversuchten Rechner zusammenbauen, der dann hoffentlich nicht explodiert, Videos. Aus für die Harald-Schmidt-Show, das gibt es doch gar nicht, der Late-Night-Talker wird bei Sat.1 abgesägt, die Quote stimmt nicht, vielleicht wechselt er ja wieder zu ARD, ich habe gehört, da wird bald ein Sendeplatz von Thomas Gottschalk frei, mal sehen. Ich habe es immer gerne geguckt, natürlich muss ich ganz ehrlich sein, mehr als ein-, zweimal alle ein-, zwei Monate guckt man das nicht, aber wenn ich es gesehen habe, fand ich es eigentlich immer recht gute Fernsehunterhaltung. Wikipedia hat Wikidata beschlossen. Was das bedeutet? Naja, die Jungs und Mädels von Wikipedia und allen Organisationen drumherum, die da zusammenhängen, bauen jetzt Wikidata auf. Dort wird eine reine riesengroße Wissensdatenbank, also mit statistischen Daten, Zahlen und alles drumherum. Als Beispiel wird immer wieder zum Beispiel die Einwohnerstadt von Hamburg genannt. Bisher war es so, wenn ich einen Artikel bei Wikipedia veröffentlicht habe und dann hat sich die Zahl der Einwohner in Hamburg geändert, dann musste die in jedem Artikel einzeln geändert werden. In Zukunft wird es so sein, man kann Verknüpfungen einbauen zu Wikidata, dort zur Zahl der Einwohnerzahl von Hamburg und wenn, dann muss die nur noch im Wikidata geändert werden und wird automatisch weltweit in allen verlinkten Wikipedia-Artikeln mitgeändert. Sehr, sehr coole Sache. Ubisoft hat verkünden lassen, man arbeitet daran, in Zukunft den Kopiercode wegfallen lassen zu können. Wie möchte man das erreichen? Ganz einfach, man möchte so viel Zusatzcontent irgendwie schaffen, Mehrwert für die Originalversion erreichen, dass die Leute gar nicht mehr dazu kommen oder dass es zu wollen, überhaupt eine Raubkopie zu machen. Nochmal zur Erinnerung, Ubisoft waren die, die mit Arno 2070 da hingegangen sind und euren kompletten Rechner analysiert haben. Man hatte das Problem, wenn man Komponenten dann gewechselt hat, wie zum Beispiel die Grafikkarte, dann musste man das Spiel erneut aktivieren, hatte das aber nur drei Codes im Monat. Das war damals ein leichter Aufreger. Auf jeden Fall, die scheinen jetzt geläutert zu sein. Denn wenn das wirklich klappt, wunderbar, her damit. Ich bin mal sowieso der Meinung, wenn ein Spiel gut ist, der Preis stimmt, dann kaufen die Leute das. Dann sind die Leute bereit, Geld für guten Content zu bezahlen. Auf jeden Fall. Deutschland, Samstagabend im Fernsehwunderland. DSDS, der eine kann singen, der andere kann nicht singen. Beide sind weiter. Gegen Titten-Duell auf RT, nein, auf ProSieben, Entschuldigung. Wer hat's geguckt? Ich nicht. Aber ich wurde damit zugetextet. Wahnsinn. Manchmal freue ich mich ja wirklich, dass ich eigentlich nur noch im Internet rumhänge und nicht mehr Fernsehen gucke. eBay-Urteil der Woche. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Startpreis einer eBay-Auktion kein Indiz dafür sein kann, dass es sich um eine Fälschung handelt. Konkreter Fall. Jemand hat ein Handy bei eBay ersteigert, das hat sich im Nachhinein als Fälschung herausgestellt. Jetzt hat er sich durch alle Instanzen geklagt, bis zum BGH. Und die unteren Instanzen haben alle gesagt, du Nasenbär, wenn das Handy für 1 Euro erst losgeht, die Auktion, also im Endeffekt hättest du es auch schon für 1 Euro kaufen können, wärst du der einzige gewesen, der drauf bietet. Das hätte der Indiz dafür sein müssen, dass es sich um eine Fälschung handelt, weil das geht ja gar nicht. So ein teures Handy für 1 Euro. Da denke ich mir auch, was für ein Käse. Auktionen werden doch für 1 Euro reingestellt, um die teuren eBay-Einstellungsgebühren ein bisschen zu senken. Wahnsinn. Freut mich natürlich, dass der BGH das auch so sieht. Toll. GTA 5 Gerüchteküche. Der Hamster einer Katze, der Oma eines ehemaligen Mitarbeiters, hat in einem Forum einen Artikel geschrieben und behauptet, GTA 5 kommt nicht vor Mai 2013. Ob es eine PC-Version gibt, ist noch gar nicht beschlossen. Es wird einen Mehrspieler-Modus für bis zu 32 Leute geben und, 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 und. Und alle Welt hüpft drauf, alle diskutieren nur, ist das echt, ist das nicht, kann das sein, kann das nicht sein. Ist mir eigentlich Wurst. Ich freue mich, wenn das Spiel rauskommt. Ich behaupte aber mal, das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch spätestens zum Weihnachtsgeschäft erscheinen. Die wären ja schön blöd, wenn sie das verpassen würden. Nein, das glaube ich. Und gerade wenn man die Grafik aus dem neuen GTA 5 gesehen hat, so viel Verbesserung kommt da gar nicht mehr. Also müsste eigentlich schon fast fertig sein. Kommen wir aber zum QWERTY-T-Shirt der Woche. Da muss ich gar nicht groß aufstehen dieses Mal. Hier ist einfach nur ein Watson-MD. Naja, das W ist schon im Kästchen. Es ist eine Anspielung natürlich auf House-MD. Und hier geht es natürlich nicht um Dr. House, sondern um Dr. Watson, den freundlichen Hiwi-Sidekick von Sherlock Holmes. Cooles T-Shirt, schöne Farbe, gefällt mir übrigens sehr. Ja, wurde wieder von meinem eigenen Geld gekauft. QWERTY sponsert mich immer noch nicht. Aber was soll's. So, das waren sie auch schon wieder. Meine V-Tiers 5 der Woche sind rum. Das war Folge 23. Macht's gut und bis nächste Woche.